Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Summoners War. Und ja, da hat der Daki einmal einen G-Bubble kommen und schon kommen die Leute aus den Löchern gekrochen und wollen auch NetFives haben. Und ja, die neuen Quests und alles. Viel Material zum Beschwören. Wir haben hier heute Shimea dabei, die hockt auch neben mir. Hallo! Und wir werden hier massivst an Rollen heute raushauen. Hinter mir hockt Brandon, der wartet auch schon. Ich habe für mich selber schon alles rausgehauen, so immer so wie ich es bekommen habe. Habe nichts bekommen, deshalb habe ich einige Six Stars gemacht mit dem ganzen Foot. Die kann ich dann mal in den nächsten paar Videos mal zeigen. Ich habe die Lichtassassine gemacht und den Wasser Lich für Nekro hauptsächlich. Aber jetzt gucken wir erstmal, was wir denn hier aus den schönen Rollen rausbekommen. Ja, wir brauchen einen Leo, oder? Leo wäre so wirklich Top-Notch oder eine Alisha oder was auch immer. So, ich bin mal gespannt. Ich habe eigentlich nicht so mega viel Luck, aber Jibu kam letztens doch recht unerwartet. Und Shimea braucht eigentlich schon auch mal wieder was zum Spielen. Ja, die Brandeer war ja echt fail. Während im Autofahren. So, Lightning ist mehr als überfällig. Und die Net-Five-Rate war eigentlich die letzten Stunden eigentlich gar nicht mal so übel. Also im Chat die ganze Zeit überall Net-Fives. Und vor allem hauptsächlich viele Rakan und Drachen-Ritte irgendwie. Und Polarkönigin. So, wie viele Rollen waren das jetzt schon? Kein Lightning. Oh, das ist ein Drecksspiel, man. Echt? Oh, Lightning. Uhu. A Brandia, please. Okay. Ja. Ja. Der Blutdruck steigt. Ich merke es schon. Die Tränen sind schon da. Oh mein Gott. Und wieder ein Lightning. Do it. Oh mein Gott. Ja. Egal. Okay. Net-Five nehme ich auch. Ja, eben. Okay. Der ist nicht so schlecht, aber... Ich will keine Sauber. So, jetzt wird es aber echt kritisch. Drei Lightning. Wie viele Rollen waren das? 38? 38. Also jetzt bisher 38. Oh mein Gott. Die letzten acht. Go, go. Die hauen wir jetzt ein bisschen schneller raus. Jetzt kommen gleich die schönen Rollen um. Ey. Die Rollen waren für den Arsch. So. Ich habe die Crystalbespüren. Soll ich? Ja. Bei mir funktioniert das immer. Okay. Was hättest du denn gern, Light and Dark? Viel. Diesen? Nein. Der ist gut für Raid, aber... Habe ich schon. Oh. Ne, Better oder so. What damn? Better, what damn? Dude! Oh. Mein Gott. Ey, Pinguin. Will ich nicht. So. Jetzt wird es teuer. Dein Platz vom Lager reicht direkt aus. Also wir wollen Leo. Wir wollen... Einen Stripper brauche ich. Also Diana. Noch eine Jasun. Gib die mir, please. Okay. Malaka. Ja. Leo, please. Die nehme ich auch. Ja, eben. Würde ich auch sagen. Die ist noch die beste. Würde ich fast sagen. Ich mag die wirklich. Ich mag jetzt Harfer nicht so wirklich, wenn man kein Live Arena spielt. Also die ist ziemlich gut, finde ich. Kannst du deine Megan in Rente schicken? Hast du überhaupt eine Megan? Ja. Okay. Schick die in Rente. Nimm die jetzt. Gott sei Dank, Net Five. Sonst wäre das echt wieder schlecht. Bitte noch eins. Ja. Ich habe es nicht gesehen. Okay. Der gehört auch verboten. Ah, der kommt überall mit. Sonst gucken wir uns mal Bastille an. Ah, Beschwörungssteine auch noch. Oh, stimmt, stimmt. Da kommt noch Leo raus. Ein Net Five, ein Net Five, ein Net Five, ein Net Five, ein Net Five. Ich nehme... Wo ist dein Lager? Ein Net Five. Ich brauche gar nicht so viel reinschmeißen. Ein Net Five, geilo. Gott sei Dank, meine Pechsträhne ist vorüber. Wir brauchen Leo. Noch eine Kristallbeschirung. Noch eine Kristallbeschirung? Für einen Leo. Machen wir das gerne? No, damn it. Ich mache es nie wieder. Okay, gucken wir uns mal Bastille an. Gucken wir uns erst mal Megan an. Plus 92 Speed. Nicht die beste, ich weiß. Mit Speed ist so wie bei dir. Nein. Meine Megan hat plus 150 Speed. Ja, aber wenn man Speed braucht, kriegt man es nicht. Oh mein Gott, plus 92 Speed. Plus 91 Speed und der hat kein Speed Set. Ja, aber Qualen. Ja. Da habe ich ja wenigstens Ruhm. Orion. Und 21, boah. Ist auch schlecht. Ja, Bastille hat auch nicht den höchsten Grundstat, was Speed angeht. Die hat auch bis 99. Aber die ist natürlich ziemlich cool. Vor allem pusht ihr Attackbar halt mehr. Als Megan und ein Schild. Und Wasser ist immer gut. Ich will die auch. Ja, gut. GZ auf jeden Fall zu Bastille. So, und zack, haben wir den Account geswitcht. Brandon hat noch ein paar mehr Rollen. Zwar nicht legendäre, aber insgesamt ein bisschen mehr. Genug Platz haben wir auch. Wünsche? Besten Mensch. Ja. Oder auch Ciao. Oder Ciao. Okay. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Also Ciao haben wir oft im Chat heute gesehen. Den beschwören wir jetzt einfach mal schnell. Und der Account hat auch ziemlich viel Luck. Also könnte tatsächlich sein, dass die Monster hier auf Knopfdruck kommen. Ich habe das schon erlebt. Aber heute gibt es einen Wasserdrachenritter von mir. Zu Ostern geschenkt. Und 10 Rollen ohne Lightning. Nice. 11. 12 ohne Lightning. Ja, ja. So. Drachenritter. Wie wäre es? Okay. Ciao, ciao. Geht so. Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Wir brauchen einen Ciao. Na, seid ihr auch gespannt? Hey, transfert aus. Ich gebe euch Health Soviet. Ja, ihr habt ja gott. La, es bleibt Identifizierungen. Wenn die Brez stressieren, welchientôt ônаться. Hier gebe ich schon wieder. Und dann kommt das nächste Mal. so go go oh my goodness was haben wir gestern noch gesagt einer von euch beiden kriegt den okay so genial ich jetzt soll aufnehmen triple wind oh mein gott so was hätten wir da gerne betta hast du betta ok dann vor dem oder wir wollen nicht so hochgreifen oder zerrat du dann schreie ich aber ich hoffe ja immer noch in kein lightning bei mir kommt dass es zumindest ein jultan ist aber ja warte mal wo ist der kleine wirklich die sind so süß ich erweck mein chivo nicht ach gez zu pangbig gab es eigentlich noch steine jetzt ich weiß gar nicht nicht alles beschworen hätten wir ja zwei net5 ist zwei account eigentlich gar nicht so übel für mein verhältnis ja gut das war's denn schon mit dem video gz an die beiden und ich wünsche euch was bis zum nächsten mal